hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paradeus viel spaß dabei und was ist das ein stock lager das vordere noch mal vielleicht zu ende bauen okay und dann habe ich hier mal so ein paar dings verhängen gebaut dass du deine taschen mal mit wegen der fälle entlernen kannst hier hängen re und eidechse und hier hängt wildschwein aber zumindest von jedem steine weg ja genau haben wir zumindest von jedem erstmal ein lager siehst du stein habe ich auch noch auf tasche sehe ich gerade kann ich gleich wieder neue sammeln sieht lustig aus hier unten drin wenn du da von der seite rein guckst weiter braucht du darfst hier nicht zu weit hinten rein latschen merke ich gerade könnte sein fest steckst du hast kontrolle das erste steinlager schon voll sowas wie das ist schon voll dafür so ein riesen teil ich habe es auch gerade überlegt aber ich habe auch schon einige reingetan war das nicht sonst bis oben hin voll zum ohne scheiß das wundert mich gerade ein bisschen ja es hast du genug platz so ich habe alles jetzt reingetan jetzt was die ex nehme ich mir tatsächlich mal weg die ziehe ich mir an ich habe nämlich nichts besseres gerade so jetzt habe ich noch ein stein gefunden noch ein stein gefunden so da habe ich auch alle rein getan perfekt ich habe noch fleisch ohne ende das tue ich oben hängen so die echsen heute sind jetzt erstmal alle wieder weg die habe ich mir gerade alle ganz dezent angezogen das andere stopp vergammelt was da unten hängt da ohne ende fleisch das lager hinten gerade mal auf da unten rein jawohl dann komme ich ich kann ich wirklich viele steine schleppen die steine 55 ganze glaube ich essen mache ich gleich nach dem schlafen habe ich gleich danach hunger also der raum ist auch noch nicht fertig hier fusch am bau hier ja ich sag das so baumstämme haben wir schon genug wir haben sie nur nicht hergeschleppt ja also auf jeden fall haben wir gerade viele hämmerchen hier noch die fertig werden wollen und ja gut das sind natürlich extrem viele stöcke die müssen wir aber nicht sofort fertig machen ich habe gedrückt in dem moment wo du gedrückt hast war es bei mir vorbei ja ähm dann würde ich mal kurz ins lager gehen da sind wir nämlich sicher da kann uns außer einem schwein nix anhaben dann könnte ich mal eben eine rauchen da hole ich was zum trinken genau ich hab mein proviant verbraucht so dann machen wir hier mal eben eine kurze pause jawohl so ok kurzes päuschen hinter uns ich meine wir stehen hier relativ sicher aber wenn die gegner kommen ne die kommen hier auf jeden fall nicht rein wo denn keiner da noch ähm ich schnapp mir mal eben die baumstämme und mach da oben das schlafzimmer mal fertig da ist ein wagen voll oh länger hätten wir auch nicht pause machen dürfen alter ich verdurst und verhunger hier bald mal schnell was essen und trinken getrunken hat er und essen auch noch hier hängt noch was da habe ich neu drauf gefüllt ja ich kann hier auch noch was aufhängen sehe ich gerade so äh ich könnte noch was essen aber ich belasse es erstmal dabei ach ich schmeiß jetzt erstmal hier hin tack tack ah ja hier stehen wir ein krokodil am start oh hier wächst ein baum nach wie geil ist das denn ich wächst erstmal so ein stumpfen hier so dann haben wir zumindest hier irgendwie schon mal baumtechnisch fertig gebaut glaube ich wenn die stämme überhaupt dafür reichen glaube nicht ich habe das stämme bloß da oben hingelegt vor uns einen brauchen wir noch den hast du sogar perfekt dann hätten wir das fertig dann müsste ich jetzt nur noch überlegen wo wir hier mal aufs dach gehen wollen weißt du was das machen wir genau hier du kannst du schon eine komische treppe da oder sowas genau die baue ich jetzt nämlich neben dem schlafzimmer die treppe ähm kannst du machen wo war denn von rechts von rechts zu hoch oder eigene treppe ähm jetzt wird sie derzeit haue ich ein paar bäume um ich glaube das mache ich erstmal weiter mit taster obwohl ich weiß jetzt mit dem controller weiß ich wie es geht so trunken habe ich riesenknöpfe wieder wieder ähm nee die ist du na ich sag knapp bis auf einen zentimeter zu unserem haus hab ich nicht jetzt habe ich miss gemacht nochmals 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 äh ah wieder falsche taste gedrückt äh ich bin weggesprungen hast mich nicht getroffen ne 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 hehehe oh wie er sich aufregt weil er mich nicht getroffen hat ich baue die so rum so ist ach komm da das ist schon ganz großer kommst du raus da wird gespielt sofort so treppe steht sie kommen ich schnapp mir meinen sperr wie viel sinds so weiß ich nicht ich hab die türe zugemacht achso sie klopfen hey dumme kuh ok sie ist kaputt hier ist der rest oh ich schon mal aufs feuerchen hat noch nicht wer will noch mal treffen nicht ja oben ist einer jetzt ist er wieder unten ok der ist auch kaputt klappe ich gleich mal nach oben ich brauch schnell keine ausdauer ich muss schnell was essen hunger keine ausdauer läuft ja gar nicht hier das ist ein alter erst mal ganz aggro kriegst ne extra kerbe am knibbel oh du scheinst das ja im griff zu haben hier hehehe ich leg die mal alle aufs feuer aua da warst mir ein krokodil was sagst he geht schwimm komm gut 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 diese kosten da ist bestimmt nicht für sich denn jetzt du hund brenn so jetzt brauchen wir baumstämme für die treppe und dann können wir uns die das nächste nix etage draufbauen unser vordach jetzt erlege ich das krokodil hier noch von hinten angreifen neues essen klein gemacht also krokodil dann die ist ein witz dagegen ja hängen auch jetzt mal das fleisch was hier hängt nehme ich mal mit kann ich nicht weil ich voll bin ok da hätte ich bin schwer blut über strömt und soll duschen gehen so der zaun wird auch langsam dann können sie auch nicht mehr hoch springen dann sind wir relativ sicher vor denen kommen aber auch nicht raus oder doch wir haben ja an der treppe und dann ausgang aber drüber springt geht ja kannst du das ist perfekt aber es gesagt dass er es gedacht dass es nicht geht aber ab geht klar müssen wir mal wieder ein paar bäume fällen hier war so Vielen Dank.